hier der stoff mit der nummer 93 26 geometrisches muster aus dem grau bereich gemustert und ja ein wirklich sehr modernes muster geometrie halbtransparent also undurchsichtig grundfarbe hellgrau und so im gegenlicht also bei ganz modernen einrichtungen kann ich mir sehr gut vorstellen das mustern groß sehen sie dann auch unter details bei unserem stoff stoffen bei der stoffansicht rückseite genauso wie die innenseite